Wir möchten Ihnen im folgenden Filmbeitrag die allgemeinen Schutzmaterialien und Schutzmaßnahmen vorstellen, die in Zeiten von Covid-19-Infektionen angewandt werden. Wir benötigen ein Händedesinfektionsmittel. Es ist auf eine korrekte Durchführung und einen logischen Einsatz der Händedesinfektion zu achten. Eine Kopfhaube. Es können auch alternativ Schuhüberzieher verwendet werden. Eine Schutzmaske. Eine Textilmaske wird ausschließlich vom Verwaltungspersonal, Küchenpersonal und von Fahrdiensten verwendet. Die Maske wird während des gesamten Dienstes getragen und zu Dienstende am Personalausgang in den dafür vorgesehenen und beschrifteten Abwurfbehälter eingeworfen und der Wiederaufbereitung zugeführt. Eine chirurgische Schutzmaske mit Schlaufen oder Gummibändern wird während der gesamten Schicht vom Pflegepersonal und allen Personen, die Kontakt zu einem Bewohner haben, getragen. Unabhängig, ob der Bewohner Symptome zeigt oder nicht. Diese Maske wird am Ende des Dienstes im Müll entsorgt. Die FFP2-Maske wird ausschließlich im Isolierbereich getragen. Diese Maske wird während drei Tagen von der betreffenden Person verwendet. Beim Verlassen des Isolierbereiches wird diese Maske in eine Tüte oder ein Behältnis, zum Beispiel eine Nierenschale, gelegt. Diese Ablageform sollte im Voraus schon mit Datum und Namen der Pflegeperson versehen sein. Nach diesen drei Tagen wird die FFP2-Maske zur Wiederaufbereitung in einen dafür vorgesehenen Behälter entsorgt. Einen Schutzkittel. Zum Einsatz kommen hier gelbe Schutzkittel oder ein Malerschutzanzug in Form eines Overalls. Der Schutzkittel wird täglich entsorgt, das heißt, die Pflegeperson im Nachtdienst entsorgt den gebrauchten Kittel und die Pflegeperson im Frühdienst verwendet einen neuen. Overschuss. Wenn möglich, sollte das Schuhwerk durch das Anlegen von Overschuss geschützt werden. Diese werden nur einmalig verwendet und danach entsorgt. Eventuell steht Ihnen auch ein Desinfektionsbehälter zur Verfügung, um die Schuhsohlen darin zu desinfizieren. Eine Schutzbrille. Diese wird nach Gebrauch mit Desinfektionstüchern desinfiziert und im Vorzimmer bzw. im Bad, welches als Schleuse dient, aufbewahrt. Unsterile Einmalgebrauchshandschuhe. Es wird empfohlen, bei der Pflege von Covid-19-Patienten zwei Paar Einmalgebrauchshandschuhe übereinander anzuziehen. Die Hände müssen vor dem Tragen und nach dem Verwerfen immer während 30 Sekunden desinfiziert werden. Während der Pflege kann das obere Paar Handschuhe bei Bedarf gewechselt werden, zum Beispiel bei Kontakt mit Ausscheidungen, mit kontaminiertem Material oder nach Beschädigung. Wir möchten Ihnen im folgenden Filmbeitrag das korrekte An- und Auskleiden von Isolierungsschutzkleidung bei Verdacht oder bestätigter Infektion mit Covid-19 demonstrieren. Nach der Händedesinfektion zieht die Pflegeperson in sitzender Position den Overall an. Das Ankleiden eines Overalls erfolgt so, dass die Außenseite möglichst nicht berührt wird. Der Reissverschluss wird noch nicht verschlossen. Dies erfolgt in einem späteren Arbeitsschritt. Die Kapuze wird über den Kopf gezogen und die Overshoots werden übergestülpt. Nun erfolgt eine Händedesinfektion. Die Gummibänder der FFP2-Maske sollten ohne unnötige Manipulation über den Kopf gezogen werden. Dabei sollte die Maske nicht vorne berührt werden. Die Maske kann nun am Nasenflügel angepasst werden. Sie sollte einen guten Sitz haben. Die Schutzbrille sollte ebenfalls einen sicheren Sitz haben, um unnötiges Berühren zu vermeiden. Nun werden die einmal Gebrauchshandschuhe so angezogen, dass sie über die Armmanschette reichen. Nun wird die Maske nicht mehr, dass sie über die Armmanschette reichen, dass sie über die Armmanschette reichen. Abschließend wird der Reißverschluss verschlossen. So dürfen Sie das Isolierzimmer betreten. Um einen Overall auszuziehen, behalten Sie zunächst die Handschuhe an und öffnen den Reißverschluss des Overalls. Nun wird das erste Paar Handschuhe ausgezogen und verworfen. Die Schutzbrille und die FFP2-Maske werden abgenommen und in ihre vorgesehenen Behältnisse abgelegt. Anschließend ziehen Sie die Kapuze nach hinten. Die Overshoes werden in den Müll geworfen. Die einmal Gebrauchshandschuhe werden nun ausgezogen. Mithilfe dieser Handschuhe wird ein Ärmel über einen Handrücken gezogen. Nun werden die Handschuhe verworfen. Der Overall sollte mit den bloßen Händen nur noch von innen manipuliert werden. Der Overall wird anschließend an einem dafür vorgesehenen Kleiderhaken aufgehangen. Er wird nach Gebrauch so aufgehangen, dass das Innere geschützt bleibt. Abschließend folgt eine korrekte Händedesinfektion von 30 Sekunden. Er wird nach Gebrauch. Vielen Dank.